Aller Anfang ist leicht. SlideLine 55 Plus ist das ideale Produkt für alle, die einen preisgünstigen Einstieg in den Bereich Schieben suchen, dabei aber auf Komfort und Design nicht verzichten möchten. So bremst die optionale Dämpfung Silent System die Türen sanft ab und schließt sie leise. Ebenfalls ist es möglich, ein vorliegendes Design mit dem Beschlag zu realisieren. Durch eine besondere Beschlagsvariante können die Türen überfälzt werden und bieten ein besonders schönes Möbeldesign. Natürlich ist es auch möglich, eine einfache Variante als innenliegende Tür zu realisieren. Mit SlideLine 55 Plus lassen sich Türhöhen bis zu 1500 mm realisieren und Türbreiten bis zu 800 mm. Die Hauptanwendung des Beschlags ist ein Office-Möbel. Der SlideLine 55 Plus ist aber auch in kleineren Wohn- und Schlafmöbeln zu Hause. Die Lauf- und Führungsteile des SlideLine 55 Plus werden in die Tür eingelassen und somit habe ich keinen Stauraumverlust im Schrank. Mit SlideLine 55 Plus lassen sich drei Komfortstufen realisieren. Die Laufteile sind in allen Komfortstufen gleich. Komfortstufe 1 habe ich zwei Führungsteile und somit eine ungedämpfte Variante. Ich kann das System mit Schließdämpfung ausstatten, dann habe ich ein normales Führungsteil plus eine Schließdämpfung Silent System. Die dritte Komfortvariante, die Laufteile bleiben gleich und ich habe sowohl in Öffnungsrichtung als auch in Schließrichtung eine Dämpfungskomponente Silent System. Mit SlideLine 55 Plus lassen sich Türgewichte bis 30 kg realisieren. Bei einem Türgewicht größer 15 kg wählen wir Aluminiumprofile für den Beschlag. Bei Türgewichten unter 15 kg können wir Kunststoffprofile wählen in unterschiedlichen Farben, passend zum Schrankdesign. Und auch die Montage des Beschlags ist denkbar einfach. So werden die Lauf- und Führungsprofile einfach in eine vorbereitete Nut eingepresst, Endanschläge montiert. Ich bereite in der Tür eine Topfbohrung vor, presse die Lauf- und Führungsteile ein bzw. verschraube sie im Nachhinein, stelle dann die Tür in das untere Profil ein, habe im Führungsteil eine werkzeuglose Schnellmontage über einen Federmechanismus und kann über das Führungsteil leicht und werkzeuglos die Höhenverstellung des Beschlags vornehmen. SlideLine 55 Plus, kleines Budget, große Wirkung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017